Und damit willkommen zurück zu Mountains of Madness Chronicle of Innsmouth. In der letzten Episode haben wir endlich den Schreiberling des okkulten Magazins gefunden und ebenso am Tatort noch diese Markierung gefunden. Und ich würde sagen, nachdem wir festgestellt haben, dass Dr. Armitage nicht mehr da ist und in der Zwischensequenz vielleicht sogar getötet wurde, wer weiß, zeigen wir diese Skizze doch am besten nochmal, Plenko. So you recognize it? Yes, but it shouldn't be there. Tell me everything you know about it. Sit, Lone. I'll recount a story for you. You'll probably have some trouble believing it. Given what I've gone through, I highly doubt that. I am a student of the occult, as you may have heard. What I'm about to tell you, however, does not come from mere book study. As you may know, Arkham, much like Salem, is a city of mysteries. Here, over the centuries, many have acted in ways that I would describe as interesting. We don't have to delve that far back into antiquity, though. I've lived here all my life, but I've never heard of any obscure ancient claptrap. Well, that's only to be expected, Lone. The people involved in all this keep as low a profile as possible. I only learned of it because my old Miskatonic colleague, Daniel Upton, had the misfortune of getting caught up in the whole affair. I see. He asked for my help, but his request arrived too late. I received this telegram from him. William, I need your help. Stop. I have confirmed that dissidents exist. Stop. I have found one. Stop. Ephraim waits. Stop. Dissidents. Lone, I must impress upon you that Daniel and I, through our studies, came across this term more than once. There seems to be an extensive organization operating in the shadows and harboring secret knowledge to which only its members have access. That symbol, that symbol, belongs to the late Ephraim Waite. That is what I managed to learn from the only comprehensible mutterings from what once had been, my dear friend, Daniel Upton. Okay, ich habe mal kurz nachgeschaut, weil Ephraim Waite kam mir bekannt vor aus dem Cthulhu-Universum. Und das stimmt auch, auf dem Lovecraft-Wiki ist er aus einer Geschichte. Ja, ja, ja. Das Ding auf der Schwelle, genau. Sehr gut. Schön, haben sie wiederverwendet. Äh, was ist denn... Oder was kannst du erst mal über Ephraim Waite erzählen? What else can you tell me about Ephraim Waite? He must have been a very powerful magician if he was actually affiliated with these dissidents. My subsequent research led nowhere. This led me to think that my friend's mental health was indeed compromised. Until now. Then you showed me that symbol. Hm. But why involve me? I have to look into this further. It would be best to gather information about this Waite person. Municipal Archive would be a good starting point. A friend of mine manages it. Übrigens, dass die Sprachlautstärke so gering ist, ich habe jetzt schon alles auf Max gedreht. Ich weiß nicht, hier ist es nochmal deutlich leiser als woanders. Und wenn man das Spiel neu startet, sind die Soundeinstellungen wieder resettet. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem verstehen. Ansonsten muss ich es ein bisschen, ein kleines bisschen hochdrehen. Okay, was ist denn mit Abton passiert? Was ist denn mit Abton passiert? Wie habe ich dir gesagt, ich habe es nicht in Zeit gemacht. All das ich weiß, ist, dass er schlug und einen Freund von seinem töten hat. Ich weiß nicht, wer dieser Freund war. So, und kann ich ihn treffen? Kann ich ihn treffen? Wenn du es versuchen willst, gehst du zuerst. Ich kontaktere die Klinik und frage sie, dass du dich in lassen willst. Die Nürze und ich gehen weit zurück. Wir sind gut verabschiedet. Wenn du meinen Drift hast... Ich habe ihn. Ich habe ihn, William. Okay, dann bis später, William. Ich wünsche, ich könnte mit dir gehen, aber ich habe eine hohe Zeit, die mich aufzunehmen. Ich werde mich aufzunehmen. Ich werde mich aufzunehmen. Ich werde mich aufzunehmen. Ich werde mich aufzunehmen. Aha, das macht ihn verdächtig, zugegebenermaßen. Weil Charaktere, die nicht mit dir mitgehen, das bedeutet entweder, dass das Spiel irgendwie das noch nicht die Fähigkeiten hat, Charakter mit einem mitlaufen zu lassen. Das einfach technisch nicht möglich ist. Aber es haben wir schon im ersten Teil gesehen, dass es gehen muss. Oder Nummer zwei, er kann nicht auftauchen, weil es da Probleme gibt. Mit der einen oder anderen Person. Okay, wir haben also zwei neue Orte. Wir haben das Archiv und wir haben die psychiatrische Klinik. Ich würde mal sagen Archiv. Guten Morgen. Nein. Die Stimme ist sehr schön. Weil du schreist immer noch, mach ruhig weiter. Ach, diese Stimme von ihr ist schon wieder wunderschön. Wir fragen mal nach dem Avram. Oder Ephraim, oder Waite? War er ursprünglich aus Arkham? War er ursprünglich aus Arkham? Ich muss das ansehen. In der Zwischenzeit kannst du die Stimme auf euren Leisern suchen. Hier ist es. Okay, bringt es was sinnvolles oder was unsinnvolles? Er war ein Nativ von Innsmouth. Hat er keine Familie? Ich muss das ansehen. In der Zwischenzeit kannst du die Stimme auf euren Leisern suchen. Ah, hier ist es. Aber nicht lange. Gehen wir zurück? Ja, wir gehen zurück. Er hatte eine Daughter im Namen Asenith. Sie leben zusammen. Ich weiß nicht mehr als das. Woher du... Ich muss das ansehen. In der Zwischenzeit kannst du... Das wird noch für irgendwas wichtig sein. Wir probieren dann mal die Regale so durchzuschauen. Seine letzte gewählte Resonanz war 27 Region Street. Okay. Das haben wir... Wiederholen. Über was anderes. Daniel M. Wissen Sie etwas über den M. Wissen Sie etwas über den M. Wissen Sie etwas über den M. Wissen Sie nichts über den M. Wissen Sie vieles über den M. Wissen Sie das, was das passiert? Nein, ehrlich gesagt. Es ist ziemlich schwierig, Informationen ohne D-K-Aus. Die einzige, die ich einfach dabei kann, ist, den Namen zu sehen. Warte. In der meantime... Warten mal, wir gucken mal ins Regal. Können wir irgendwas machen? Okay, haben wir das schon mal gemacht. Können wir hier nochmal eingehen? Und das Regal? Sieht aus wie ein Kollektion von Journalisten. Ich brauche ein Date. Vielleicht der Archivist. Ich brauche ein Date. Vielleicht die... Viele Bücher und Dokumente über die Geschichte sind auch über Jahrzehnte. Ich brauche, die Liste aufzunehmen. Hier ist viel zu viel Material. Da brauchen wir immer mal neue Daten. Hier ist es. Es gibt Sinn, er gibt Sinn. Da kriegen wir Informationen, danach schlagen wir selber nach. Hm, nicht viel zu gehen. Aber Upton hat seit 1915 in einem Mord vielleicht davor. Hat er eine Familie gehabt? Warte. Warte. In der meantime, du kannst... Okay, dann können wir jetzt schon mal nach Todesanzeigen um das Ja gucken. Und dann gehen wir nochmal zu dem Regal. Ich brauche ein Paar. Es gibt viel zu viel. Okay. Es ist auch nur eins hier. Ah! Hier. Ist ganz hübsch gemacht, muss ich sagen. Dieses System hier. Gefällt mir. Ist eine nervische Stimmung noch? Sie haben eine Wunsch und Sonne, aber sie sind noch länger in Arkham. Aber Upton hat seit 1915 in einem Krankenhospital gewesen. Das wissen wir ja schon. Was noch auf Upton? Ich bin sorry, Sonny. Okay. Wir können nichts weiter nachschlagen. Ich guck nochmal nach Wade. Was... Könntest du mir sagen, wann er sterb? Ich muss das nachschauen. In der meantime, du kannst die Schäuze auf eurem Leid. Gibt es hier was Neues? Eigentlich nicht. Gut, dann warten wir. Ah! Oktober 28, 1915. 5 Jahre vor. Gestorben. Ich komme zurück. Was? See you. You too, son. You too, son. Okay, gucken wir es mal hier noch. There's no mention of Ephraim Wade's passing in the Obituaries for October 28, 1915. That's strange. Mhm. Kein Nachruf. Weißt du, ist doch was anderes gewesen. Ich habe nur verschwunden. Was? Ephraim Wade. Ein prominenter Figur und ein well-knowner Philanthropist von Arkham. Er hat weg. Ein prominenter Figur. Ich wundere, was er eigentlich für ein Leben getan hat. Okay, also der nächste Hinweis. Was hat er eigentlich getan? Also, reden wir noch heute, ja. Ich brauche... Ähm... Gestorben. Herkamen. Beruhig. Mhm. Besonder. Besonder. Not the type suitable for God-fearing folk. Back then, I was quite the Hatsy Tatsy. Mhm. Dammit. And, a mutual acquaintance invited me to one of his parties. But, naturally, I turned down the offer. Natürlich. That being said, I saw him in a completely new light when he funded the restoration of the Christchurch cemetery grounds back in 1913. I see. Mhm. Okay. Gucken wir nochmal nach. Das haben wir. I'll come back. What? See you too. Da können wir nichts gemeinlich was anderes noch machen. Die Archivaren mal angucken. Das ist ja ganz hart. Hier gucken wir die beiden Regale nochmal durch. Irgendwas ist. Genau. 1913 mit der Kirche. Der Professor Achievement. Findet den Artikel über ihn. Okay. Der Professor Achievement. Das ist. Moment. Findet den Artikel über ihn. Okay. Wir haben ihn. Hier. Okay. Und das Telegram. Okay. Wollten wir nochmal testen. Gut. Damit gehen wir in die Psychiatrischer Anstalt. Halt! Wollten wir alle deine Patienten hierher? Jeder ist hier gut gebraucht. Die Patienten versuchen, jetzt und dann ausbrechen. Ja. Wer war dieser Mann? Oh, er versucht immer raus. Ich hörte, er ist von Innsmouth. Er ist immer rauf, um zurück zu den Seen zu kommen. Es gibt kein Seen rundherum. Und hier. Und hier. Ich denke, in seiner Meinung nach, er ist noch in der Godforsakten Stadt. Innsmouth, du sagst? Mhm. Was wissen Sie denn über Innsmouth? Was wissen Sie denn über Innsmouth? Ja. Wir gucken uns erstmal das Ganze an. Was haben wir denn hier? Werden wir? Innsmouth, die Sicherheitsstabte. Er guckt die Klinik-Gate. Guten Morgen. Lone Carter? Ja. Ich verstehe. Herr Wieser, will ich Ihnen sein? Willam- Mein William hat einen guten Ruf für Beschreibung. Schon bevor ich ihn habe. Ich er察te ihn. Vereine seine universe sind nicht schön. Er ist schön. Sie besser funktionieren, die unterbrechen zu sehen. Ich bin hier zu sehen, Rose. Es ist eine Magdiskusschel. Ich bitte ein kurzer Ersf. Werden Sie jemanden, Rufhör? Ich bin in der letzte Rufin in der Corrachtor auf dem Weg. Wir können Sie nicht entdecken, aber... Aber bitte spreche ihn mit ihm durch die Schraube. Er kann ziemlich schrecklich werden. Erzähl mir über Abton. Es gibt nicht viel zu sagen. Er hat nach dem Mörder von Insanität gebeten. Und für gute Grund. Oh, Rose, Loon. The same symbol. Er war auf der Schraube, wie William mir gesagt hat. Das ist ja sowieso schon ganz interessant, oder? Dass sie einfach sagt, er zeichnet Symbole wie dieses hier und gibt uns sofort dieses Symbol. Ich meine, lass mit uns reden, nochmal sicher gehen und mit allem. Aber sie ist wahrscheinlich wirklich mit dem Blanco gut in Kontakt, sodass er sofort Leuten vertraut, die er schickt. Etwas anderes über Abton? Erinnerst du nichts anderes über Abton? Ich weiß nicht, wie du dir weiterhelfen kannst, Loon. Er spricht nur in Gröns. Er hat ein wenig. Danke auch, Rose. Erzähl mir über den Mann, den sie weggeschleppt haben. Erzähl mir über den Mann, den sie wegschleppt haben. Alles, was ich weiß, ist, dass er von Innsmouth gekommen ist und hat seitdem ich hier gearbeitet habe. Er versucht immer, um zu weg zu gehen. Ich habe es gemerkt. Aber er könnte nicht auf der Leuchte sein. Er kann sehr, sehr aggressiv sein. Seine Gehäuser sind immer von Maximum-Sicherungs-Guardern. Aber zu oft enden sie, wie du heute hier gesehen hast. Danke, Rose. Erzähl mir über die anderen Patienten. Es gibt nichts zu sagen, Loon. Als du dich an die hellige Möhnung bekommst, ist das ein ziemlich kaltes Job. Diese jungen Menschen wahrscheinlich nicht wissen, wo sie sind. So viel wie wir können. Unsere Aufgabe ist, sie zu versuchen, ihnen ein dignes Leben zu geben. Ja, richtig. Was? Das klingt richtig, das habe ich gesagt. Das klingt über Reise. Bis später. Gib mir meine Begriffe zu William, wenn du ihn siehst. Klar. Na klar. Wir sollten mal speichern, falls das Spiel mal abstürzt. Bisher macht es einen guten Eindruck. Aber man weiß ja nie. So, wir gucken uns die Damen mal an. Rose Higgins. Ich denke, sie ist die Nurse. Dank ihrer Begriffe mit William Blanco. Ich bin in die Asylum gefordert. Waiting für das zuividere Inhalte. Und gefällt sie dir? Gut. Sorgt doch nichts mehr. Papier mit Symbol und zur Zeichnung von Acht. Kann ich die beiden verbinden vielleicht? Es würde nicht perfekt sein. Es scheint jemand zu sein. Sind alle da drin? Natürlich. Alles, was das Divine Licht auf sich schlägt, ist perfekt. Komm hier, mein Sohn, komm. Schau mal. Wer erwartet dich? Du unklinge Filme! Wow, das hat mich ein bisschen geblieben. Lone, geh weg von dort. Heute denkt er, er ist ein fallenes Engel. Komm zurück, um ihn als Napoleon Bonaparte zu treffen. Oh, das ist doch schön. Jeden Tag was Neues. In dem Tisch haben wir nichts. Hier könnten wir reingehen. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Ja, oder? Typischerweise die Geschichten. Die Wahrheit ist ein Licht, das die Schmerzen riecht. Aber seine Licht ist so stark, dass es blinden, wer es sieht. Die Lichter werden sich in der Schmerzen verlieren. Sind Sie bereit, diesen Weg zu folgen? Okay. Okay. Es heißt, Medizin. Lone, bitte nicht öffnen. Das ist die Schmerzen nur. Ich will das nicht öffnen. Aber das ist nicht vergittert, oder? Ansonsten... Gut, gehen wir mal den Weg lang. Und zurück. So, was haben wir? Wie viele Zellen haben wir hier? Ist das symmetrisch aufgebaut? Ja. Eine sehr öffne Schmerzen. Ich will nicht... ... Ich kann das in der Zelle sehen. Es sind strange Symbols, die auf den Schmerzen bezeichnet. Hm. Ja. Damit wissen wir, dass das die Zelle ist. Vielleicht kommen die Augen doch, oder? Ja. Ja, ein Jump Scare. Haben Sie sogar einen Jump Scare eingebaut. Okay, Uniform. Guck mal, die restlichen noch durch. Dann probieren wir mal rein zu gehen. Und der Blick und die Frisur. Äh. 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 Vokale. Wen haben wir noch hier drin? Es scheint, dass jemand in diesem Fall gibt. Hallo da. Ja. Hey, sind Sie okay? Sie haben Sie verletzt? Sie können mich nicht verletzen. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Die Zelle verletzt alles. Alles. Oh. Du bist aus Innsmouth, oder? Innsmouth. Ja. Innsmouth. Under Innsmouth. The sea. The reef. I have to get back there. I must get back there. Help me. Help me, please. I doubt you will be of much use to me. Ähm. Ich finde es immer wieder interessant, wie unterschiedlich die Betonung ist. Ich würde auch immer Innsmouth sagen. Das habe ich schon mehrfach gehört. Und dann gibt es das Innsmouth. Noch. Das sagt ein Einheimischer. Ich weiß nicht, ob das dann die offizielle Beschreibung ist. Nun gut. Wir haben also Chiefman gekriegt auch. Ähm. Und zwar... Irrenhaus Stalker. Oh, was war denn das gewesen? Oh. Was sind das für ein... Ach nee. Ich weiß, was das ist. Hm. Ähm. Ach nö. Das ist bestimmt wieder, dass wir jetzt irgendwie einmal Tab gedrückt haben. Und demnach... Ah. Puck. Es gibt bestimmt wieder sowas als Hotspot-Anzeige. Jetzt haben wir es einmal gedrückt. Das ist bestimmt wieder so ein Achievement. Drücke nie die Hotspot-Anzeige raus. Okay, Leute. Ich würde kurz pausieren. Ich mache das alles nochmal. Und dann sprechen wir mit ihm. Bis gleich. Daniel Upton? Daniel Upton? Fast. Ich würde mal sagen, ja, wir wollen es nochmal. Okay, wir geben ihm die eigene Skizze. Wir geben ihm die zweite Skizze. Wir geben ihm das Telegram. Dann geben wir ihm den Artikel über Ephraim. Er. 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 Er 향än. Ver. Er. Er. Bobber. Er. 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 Bereiche dich, um Wiggenheit zu treffen in der neuen Stade zu treffen. Wir sollten uns fertig sein! Lone, was hast du getan? Geh raus, Lone! Bitte, geh insedatet! Sie werden schmerzt. Okay, er ist nur ein Gefäß gewesen. Edward Derby. Das muss der Name des Mannes, der gebeten wurde. Er ist nicht in seinem Schraub. Es muss getan werden. Was bedeutet das? Es muss getan werden. Können wir noch mit ihm reden hier? Was weiß er? Ich kenne meinen Bruder und er war jetzt. Ich sehe, sorry. Danke viel, John. Okay. Wir können einfach zu Planko zurückgehen. Mal den Gruß ausrichten, das geht bestimmt schon was. Die Musik ist ganz cool. Oh, wir können mit ihm nochmal reden. Wegen Rose. Okay. Was kannst du mir noch über Ephraim Wade erzählen? Was kannst du mir erzählen über Ephraim Wade erzählen? Ich weiß nichts anderes. Ich bin sorry, Lone. Aber noch nicht so. Du kennst den Edward Derby? Nein. Ich habe noch nie gehört. Es ist der Name des Mannes Upten Killed. Wie hast du das gefunden? Upten sagte mir. Du hast ihn mit ihm gesprochen? Aber wie? Ich zeige ihm ein Bild von Ephraim. Interessant. Upten sagte er war nur ein Vessel. Und was er hat sich gemacht hat. Ich denke, es gibt eine Verbindung. Was ist zu Upten? Wie ich dir sagte, ich habe es nicht in Zeit gemacht. All das ich weiß, ist, dass er verrückt hat und einen Freund von seinem töten hat. Ich weiß nicht, wer dieser Freund war. Wir waren schon seit einigen Zeit lang. Er ist jetzt in einem Asylum geschlossen. Aber er ist nicht mehr den Daniel, den ich damals wusste. Bis später. Ich wünsche mir, dass ich mit dir gehen könnte. Aber ich habe ein Wort. Ich kann antworten. Wir speichern nochmal. Und versuchen... Haben wir eigentlich noch mehr Spielstände? Oh, so viele Spielstände. Gut. Und könnten jetzt nochmal probieren, mit der Dame zu reden. Du kannst es finden in der Süd-East-Sektion der Stadt. Es ist ein ähnlicher Ort. Seit der Renovation hat es oft verloren. Aber jetzt ist es nicht so großartig, dass es ein Brick zu den Händen ist, oder sich durch die Erde zu entdecken. Ist Herr Waite da? Wahrscheinlich. Er hat es nachherrenoviert. Aber ich lasse mich an die Rekorde. Er soll es noch mal machen. Ach, wir durften nichts nebenbei machen. Ach, das ist es wunderschön. Es gibt keine Rekorde auf den Punkt, Herr Waite. Das ist sehr wunderschön. Ich denke, wo er nachher gekommen ist. Ich würde wahrscheinlich an diesem Stadion schauen, woher Waite so tief gefühlt hat. ist oder den Akten, was interessieren könnte. Nope. Nope. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann zum Friedhof und schauen mal nach, ob im Grab irgendwas ist oder überhaupt kein Grab zu finden ist. Auf jeden Fall bis dahin, euer Landetor. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017